Naja, so einen bestimmten Ernährungsplan gibt es jetzt nicht. Ich versuche mich einfach selbst so gut zu ernähren, wie es geht. Also halt, ja, die Speicher aufzufüllen und mit dem Wissen, was ich irgendwie halt mit meinem Körper gelernt habe, ja, mit dem Wissen es auf die Ernährung anzuwenden. Von Bitburger 0,0 mag ich das Radler am liebsten. Es ist, finde ich, nicht ganz so süß wie das Grapefruit, aber trotzdem fruchtig und schmeckt mir einfach am besten. Ja, so eine richtige Technik dazu habe ich eigentlich nicht. Also ich kann es jetzt nur speziell für einen Triathlon beschreiben. Also wenn man da, sage ich mal, irgendwie Probleme im Triathlon mit der Motivation hat. Also immer, wenn eine Disziplin schlecht läuft, nicht gleich den Kopf in den Sand stecken, einen Haken hinter machen. Die nächste Disziplin kann umso besser laufen. Also immer quasi positiv bleiben. Das würde ich so empfehlen.